Die besten Sexstellungen für den Mann. Über die Lieblingsstellung des Mannes gibt es sogar wissenschaftliche Erhebungen. Die Top 5 sind folgende. Top 1 Missionarstellung. Überraschend, aber verständlich. Top 2 Joggy-Style. Männer mögen gerne runde Formen und sehen gerne Frauenhintern an. Nummer 3 ist die umgedrehte Reiterin Cowgirl Reverse. Also wie die Reiterposition, bloß dass die Frau zu den Füßen des Mannes guckt und der Mann einen vollen Blick auf den Hintern seiner Partnerin hat. Nummer 4, die 69. Ein alter Klassiker, wer mag das nicht? Und Nummer 5, überraschend, aber gerade noch im Ranking drin, die Löffelchenposition. Sehr intim, sehr heimelig. Ich freue mich, dass sie dabei ist. Liebe Männer, auch die Wissenschaft kann daneben liegen. Bitte schreibt mir doch, was eure tatsächlichen Lieblingspositionen sind. Die Top 3 oder auch die Top 5. Und zwar unten hin in die Kommentare. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann abonniert doch bitte meinen Channel. Und zwar entweder hier, oder hier, oder da. Dein erstes Mal. Dein erster Orgasmus. Lieblingsstelle. Sexspielzeug. Wie viel Sexpartner.